Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 5 und die heutige Folge ist ja wie schon bereits angekündigt ein kleines bisschen anders. In der letzten Folge hatte ich euch gesagt, ihr könnt mir gerne Fragen zu Themengebieten wie Motivation, Fokus, Beruf, Selbstständigkeit und so weiter in die Kommentare schreiben. Und viele Leute haben viele Dinge geschrieben und ich habe mir jetzt irgendwie 10, 15, 20 Kommentare rausgesucht und möchte heute mit euch darüber sprechen. Während ich farmen gehe, dann ist es mal wieder Zeit, ich habe relativ wenig Diamanten und brauche viel, viel mehr Eisen. Was das hier alles ist, was wir im Stream gemacht haben, wie es uns hier weitergeht und so weiter, das verschieben wir komplett auf die nächste Folge. Denn ich möchte heute wirklich vor allem so diesen Film Talk haben und deswegen gehe ich jetzt mal ganz schnell hier nach unten und dann geht es auch direkt los. Bis wir unten sind, möchte ich noch kurz davor einen Kommentar dazu abgeben, warum ich das jetzt mache. Ich bin ja eigentlich, ich sag mal von meinem Interessengepeat her und was ich so in meiner privaten Zeit mache, hat viel mit Entwicklung und Innovation zu tun. Vor allem Innovation in letzter Zeit umso mehr und letztlich ist das ganze Ding hier, diesen YouTube-Kanal und Twitch und alles, was ich sonst noch so privat mache, ist ein selbstständiges Unternehmen. Also ich bin Unternehmer und all das ist eigentlich so das, was mich, sag ich mal, über Minecraft hinaus interessiert und mit dem ich mich beschäftige. Und darüber gesprochen habe ich zugegebenermaßen nur selten. Also am meisten mal in Streams, wenn ich dann irgendwie so Laber-Passagen hatte oder irgendwelche Rants hatte, weil ich mich über irgendetwas aufgeregt habe oder sowas. Also das ist eigentlich so das, wo ich mich wirklich mit solchen Dingen mal beschäftigt habe. Ansonsten, ja, ich hatte mal irgendwie mal ein Video zum Thema, was war denn das, Mobbing gemacht zum Beispiel, sowas hatte ich mal gemacht und so weiter. Aber so richtig über solche Themen explizit gesprochen habe ich bis jetzt erst selten. Und dann gibt es jetzt einen oder gab es einen neuen YouTuber oder eine neue YouTuberin und zwar, das ist ja lebensgefährlich hier, und zwar die Freundin von Felix, also Felix von der Laden, Dehner. Kathi oder Kathi, ich glaube Kathi oder einfach nur Please Stand By, ich glaube, das ist ihr Nickname. Auch ein super cooler Name, wahrscheinlich von Fallout inspiriert, nehme ich einfach mal an. Tut aber auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall hat sie einen Kanal, wo sie unter anderem über solche Sachen wie Work-Life-Balance, so ein Kram eben redet. Und ich fand das mega spannend, weil ich glaube, dass es halt auch viele Leute, sag ich mal, auch unter meinen Zuschauern gibt, die sich mit solchen Sachen konfrontiert sehen. Gerade zum Beispiel, und das geht auch eins zu eins aus den Fragen hervor, dass ich da richtig lag. Wenn man irgendwie kurz vor einem Abi steht oder wenn man sich nicht motiviert bekommt. Ich hatte richtig viele Fragen zum Thema Motivation. Wenn man sich nicht entscheiden kann, was das richtige Studienfach ist, wo man sich spezialisieren sollte im Abi und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, jetzt einfach mal eigene Videos zu genau diesem Themengebiet zu machen und zu versuchen, möglichst viel davon zu beantworten. Und weil wir, wie gesagt, deswegen farmen müssen oder nebenher farmen müssen, versuche ich das. Und Alter, ich habe, glaube ich, noch nie in Minecraft so viel Pech mit Lava gehabt. So, sobald wir durch diesen Lava-Sieg durch sind, geht es dann aber auch wirklich los mit der allerersten Frage. An sich, dieses Video wird, wie gesagt, ungeschnitten und sehr random sein. Und ich werde mich, wie gesagt, mit diesen Themen beschäftigen, so gut es eben geht und nebenher dessen hier einfach Sachen abbauen. Das ist der Plan. Wie gesagt, inspiriert dazu. Letztlich, ich will auch mal so ein richtiges Video machen, wo ich gerade zum Thema Entscheidungen, was mich auch sehr, sehr interessiert und wo ich mich viel mit beschäftige, welche Türen quasi aufgehen in deinem Leben, was du erreichen kannst, indem du dich richtig entscheidest, wo du Millionen verlieren kannst, wenn du dich falsch entscheidest. Stichwort Bitcoin, hätte da mal vor ein paar Jahren investiert und so weiter. Gibt es ganz viele Sachen, die aktuell aufkochen. Aber ich dachte so, als Let's Play quasi, als Talkpart ist das schon mal ein super Einstieg, um sich mal ein bisschen damit auch auf meinem YouTube-Kanal zu beschäftigen. Wie gesagt, ansonsten gibt es sowas eigentlich immer nur auf Twitch und Livestreams zum Nachgucken sind immer so ein bisschen so eine Sache, nicht wahr? Okay, also, los geht's, würde ich sagen. Die allererste Frage, die wir haben, kommt von Jeremy Monroe. Ich baue hier mal zu, damit nichts hinter mir reinkommt. Ich muss jetzt noch eineinhalb Jahre in der Schule gehen und interessiere mich einmal für den Beruf Informatiker und einmal für den des Elektrikers. Mein Problem ist jetzt, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ihr seht, das ist schon so eine klassische Entscheidungsfrage. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine ähnliche Entscheidung im Abi. Und zwar musste ich mich entscheiden, ob ich Informatik studiere oder ob ich Musik studiere. Ich hatte, das ist eine spätere Frage, da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Ich hatte im Abi einen Fokus auf Informatikphysik und auf Informatikphysik und Musik gelegt. Und es wäre durchaus möglich gewesen, ich hätte unendlich viel mehr üben müssen, weil ich immer recht übefaul war, das natürlich. Natürlich, aber es war auch eine mögliche Alternative, dass ich mich tatsächlich weitergehend mit Musik beschäftige. Ob das jetzt ein Studium ist oder ob das andere Dinge sind. Es gibt ja so viel mehr. Es gibt auch sogar Musikinformatik. Das waren alles Möglichkeiten. Und am Strich habe ich mich dann aber für die Informatik entschieden. Und was ich gemacht hatte, war einfach, dass ich sie auf mich zukommen lassen habe. Gerade in dem Moment, wo quasi noch nicht alle Ziele fest abgesteckt sind, wo eben noch nicht alles so eindeutig ist, ist es eben manchmal ein bisschen schwer, für sich selbst den richtigen Weg zu finden, finde ich. Und man kann, oder eine Möglichkeit ist es, sich einfach auf sich zukommen zu lassen. Die Alternative ist, dass man irgendwie in beide Welten ein bisschen reinschnuppert. Das ist zum Beispiel auch so was, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, so haben es auch manche Freunde von mir gemacht, dass sie schlichtweg mal beides ausprobiert haben. Dass sie ein Studienfach genommen haben, mittlerweile was anderes studieren und damit dann auch ihren Abschluss gemacht haben. Zum Beispiel sowas ist ebenfalls eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, und das wäre sogar das, was ich am ehesten empfehlen würde, ist einfach beides zu machen. Also zum Beispiel ich konnte mich nicht entscheiden hier zwischen YouTube und Studium. Ich mache jetzt halt einfach beides. Würde mich durchaus aus jemandem, der quasi wie Vollzeit arbeitet, hier dran bezeichnen und macht trotzdem noch mein Studium. Oder gerade Elektronik und Informatik ist halt wirklich, oder Elektrik, ist halt wirklich etwas, das lässt sich relativ gut kombinieren. Das heißt, du kannst quasi das, was dich eher interessiert, zum Beispiel als Hauptfach nehmen und das andere als Ergänzung und so weiter. Je nachdem, wo du studierst und was du studierst, gibt es viele Dinge, die du damit kombinieren kannst. Sodass du am Schluss dann tatsächlich das hast, was du eigentlich suchst. Dann haben wir hier von Chrissy Weick. Wie findest du jeden Tag die Motivation, gefühlt 16 Stunden durchzuarbeiten? Das ist nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich der Alltag. Also wenn ich, wenn zum Beispiel meine Freundin jetzt gerade nicht da ist und so weiter, sind so 14 bis 18 Stunden Tage. Üblich, nennen wir es üblich. Ich studiere sehr E-Technik, erstes Semester, dualen, arbeite keine Moderation, zu Hause beim Lernen, bla bla bla. Ja, die Frage nach der Motivation ist eine, die ultra aufgestellt wurde. Und mein Problem ist, dass seitdem ich quasi ein bisschen, nennen wir es, bewusster lebe, also mich wirklich auch zu solchen Fragen beschäftige, wie ich sie jetzt hier gerade versuche zu beantworten, sagen wir mal. Seitdem hatte ich keine Motivationsprobleme. Ich kann es jetzt nicht unbedingt so zu 100% beantworten, aber ich kann es natürlich trotz allemal versuchen. Es gibt zwei Arten von Motivation. Also das geht jetzt hier quasi zurück auf die Physik oder die Psychologie dahinter. Es gibt zwei Arten von Motivation. Zum einen gibt es die intrinsische Motivation und einmal gibt es die extrinsische Motivation. Also Unterschied, es ist einfach nur quasi in der Richtung intrinsisch von innen kommt, extrinsisches von außen kommt. Super Beispiel finde ich immer Klausuren in der Schule. Ihr findet das Thema mega geil, könnt euch vorstellen, euch auch noch außerhalb der Schule damit zu beschäftigen und müsst auf eine Klausur lernen. Das ist intrinsische Motivation. Das bedeutet, dass ihr das so spannend findet, dass ihr euch sogar quasi, dass ihr von euch selbst heraus motiviert seid, euch mehr mit diesem Themengebiet zu beschäftigen. Das ist intrinsische Motivation. Gegenteil, extrinsische Motivation. Eigentlich habt ihr nicht so wirklich Bock, aber der Lehrer hat gesagt, wenn ihr euch jetzt damit beschäftigt, werdet ihr nicht in die nächste Klassenstufe versetzt. Das ist extrinsische Motivation. Und das Problem an extrinsischer Motivation ist, dass es meistens nicht so gut funktioniert, weil es halt eigentlich einfach Latte ist. Also so blöd wie das jetzt einfach klingt, es wird niemals so gut funktionieren, jemanden von euch von außen motivieren zu lassen. Oder hey, du musst diesen Job machen, weil dann verdienst du besonders viel Geld oder so. Oder hey, das wird gerade gebraucht, beschäftige dich mit dem und dem. Das wird niemals funktionieren, wenn ihr euch nicht selbst motiviert bekommt. Das heißt, der richtige Weg ist nicht, irgendjemanden zu finden, der euch dazu bringt, das zu machen oder den schon zu haben. Wie im Falle von zum Beispiel einer Schule, wo euer Lehrer sagt, was ihr zu tun habt. Sondern sich in so einer Art mit etwas zu beschäftigen, dass man von sich aus motiviert ist. Im Studium ist das natürlich wesentlich leichter, weil man sich ja in irgendeiner Form schon für etwas entschieden hat, was einen interessiert. Also zum Beispiel jetzt die Klausur, die ich jetzt in wenigen Tagen schreibe, heißt Service Innovation. Das ist eine Prüfung, wo es nur darum geht, wie zum Beispiel gerade in Zeiten der Digitalisierung und so weiter, Services. Also wie zum Beispiel, wenn du irgendwas entwickelst oder irgendwas coacht oder sowas. Oder Flüge anbietest, weiß nicht, also gerade die ganze Service-Ecke. Wie man da innovativ ist, was es da für Dinge gibt, auf die man achten muss. Wie man neue Dinge erfindet, wie Kreativität funktioniert. Wie man dafür sorgt, dass aus einer kreativen Idee, einer Invention, auch wirklich eine kreative Umsetzung, eine Innovation wird und so weiter. Das ist groß der Themengebiet. Und das ist natürlich unfassbar spannend. Und natürlich beschäftige ich mich da auch weit über das, was man quasi in der Vorlesung macht, hinaus. Denn es ist natürlich auch irgendwo alles eins zu eins relevant für den Kram, den ich hier auf YouTube mache. Hier ist 100% intrinsische Motivation vorhanden. Hier habe ich absolut kein Problem, mich auch wirklich intensiv mit dem Vorlesungsstoff zu beschäftigen. Das ist einfach, ja, das ist kein Ding. Anderes Beispiel, Embedded Systems. Das ist auch so eine Gesichte, was ich dieses Semester habe. Könnte man jetzt schon sagen, ja gut, ist jetzt nicht für jedermann was. Und es ist wirklich so, also gerade wenn es jetzt um C- oder Arduino-Entwicklung geht oder sowas. Das ist etwas, was ich mir jetzt so nicht rausgesucht habe. Aber ich habe es mir schon rausgesucht. Also ich werde das auch prüfen lassen. Und wie schaffe ich jetzt mich, mich für sowas zu motivieren, indem ich es irgendwie schaffe, das in Dinge einzubauen, die mich motivieren. Zum Beispiel Smart Home Automatisation. C-Programmieren oder auf einem Arduino rumspielen ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich jetzt so super spannend finde. Aber mit einem Raspberry Pi ein eigenes Smart Home System aufzubauen, umso mehr. Also nutze ich das einfach in einem Kontext, der mich interessiert. Natürlich sind das bis jetzt alles Dinge, wo man sagt, ja gut und weiter. Aber nennen wir es, was weiß ich, ich habe jetzt einen japanischen Sprachkurs in der Uni. Wie gut passt denn das bitte dazu, dass mich Japan sowieso schon interessiert? Ich hatte auch schon einen russischen Sprachkurs. Der hat nicht ganz so gut gepasst, weil ich es schlichtweg nicht so spannend fand. Und so weiter und so weiter. Und am Strich geht also alles drauf hinaus, wie sehr du dich für was motiviert bekommst. Und wenn du es schaffst, Wege zu finden, dass diese Motivation von innen herauskommt, dann wirst du es wesentlich leichter haben, da auch dran zu bleiben. Weil es dich schlecht liegt und interessiert. Ich war ein verdammt schlechter Schüler in Vokabeltests zum Beispiel. Es gab glaube ich nur, da bin ich jetzt kein gutes Vorbild, aber ich glaube es gab in, es gab, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es gab tatsächlich in der Oberstufe weniger als fünf Vokabeltests, in denen ich keine 6.0 hatte. Also nur um mal so ein Beispiel zu nennen, ich bin jetzt auch nicht gerade der Musterknabe, warum war ich da so schlecht? Weil es mich nicht gejuckt hat. Hat der Lehrer es durch immer wieder wiederholtes Sagen, dass sich das auf meine Abschlussnote auswirkt, irgendwie geschafft, mich dazu zu bringen? Nö. Hat es schlichtweg nicht. Hat mich halt trotzdem nicht interessiert. Rückblickend habe ich in den letzten Jahren von mir aus, weil ich es spannend finde, richtig viel Englisch gelernt und verstehe inzwischen Englisch wie Deutsch. Und wenn ich eine Seite angucke, dann vergesse ich im Nachhinein, ob das jetzt Englisch oder Deutsch war. Ja, durchaus. Warum? Weil es mich interessiert hat. Intrinsische Motivation ist mächtig. Intrinsische Motivation darf dafür sorgen, dass du das erreicht, was du erreichen möchtest. Sie muss nur stark genug sein. Die Macht muss stark in dir sein. Extrinsische, fuck dich maximal ab. Und das ist so ein bisschen, das sollte man wissen. Und das habe ich nicht, wie ich mir jetzt ausgedacht, sondern das kommt aus der Psychologie. Das weiß man, dass es so ist. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, warum habe ich auf diese eine Sache gerade keinen Bock? Unterm Strich ist es aber auch so, manchmal zählt gar nicht, ob du Bock hast oder nicht. Mach es einfach. Das Schlimmste, und das habe ich heute zum Beispiel wieder gemerkt, als ich Steuern machen musste, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du mehr Zeit damit verbringst, über etwas nachzudenken und dich vor allem auch davon abfucken zu lassen, als dich tatsächlich mit der echten Arbeit, also dem Bearbeiten von dem, was dich gerade da abfuckt, zu beschäftigen. Was weiß ich, ich habe überhaupt keinen Bock auf Videos schneiden. Da habe ich jetzt entweder die Möglichkeit, dass ich mich eine halbe Stunde hinsetze und mich drüber aufrege, dass ich jetzt keinen Bock habe, Videos zu schneiden. Oder ich halte die Klappe und mache es einfach. Und das hilft zwar nicht zur Motivation, aber es hilft dir halt trotzdem irgendwie weiter. So, so viel zum Thema Motivation. Ich glaube, das ist ein echt wichtiges Thema, das oft gefragt wurde. Wir machen aber trotzdem mal weiter. Was genau machst du als Selbstständiger? Ich finde es extrem beeindruckend, dass du YouTube, Uni und Freunde und Arbeit, blablabla, unter einen Hut bekommst. Das ist ein Kommentar von Nico gewesen. Also erstmal unter einen Hut bekommen ist eigentlich falsch, weil ich bekomme es nicht unter einen Hut. Das ist ja das Lustige daran. Ich muss immer und überall Abstriche machen und kreative Lösungen finden. Und allgemein wird man sehr kreativ, wenn man ein chronisches Zeitproblem hat. Das kann man vielleicht schon mal dazu sagen. Aber um das trotzdem zu beantworten, wie bekomme ich das hin? Das war auch noch andere Frage. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer noch drauf ein. Gar nicht. Das ist immer so meine Antwort, wenn es darum geht. Letztlich ist es verdammt gute Planung. Also ich überlege mir halt immer zum Beispiel jetzt mit der Klausur. Ich habe jetzt, wir wussten schon voraus, dass diese Klausur kommen wird. Also habe ich mir überlegt, wie viel Zeit muss ich da einplanen zum Lernen? Ich habe zum Beispiel wesentlich früher zum Lernen angefangen als viele meiner Kollegen im Studium. Weil ich wusste, ich werde auch noch die Steuern machen müssen. Was ich jetzt die letzten Tage oder heute vor allem auch gemacht habe. Aktuell ist es 0 Uhr und ich nehme hier dieses Video auf. Und nach diesem Video noch drei weitere. Ich glaube bloß nicht, dass ich so schnell hier wegkomme. Nicht wahr? Ich bin fit und motiviert, weil ich weiß, dass das hier schon irgendwie den Leuten auch weiterhelfen wird. Also dir, dem du jetzt gerade was guckst. Du bist derjenige, der mich gerade dazu motiviert, dieses Video hier zu machen. Obwohl ich von dir noch gar nichts weiß. Aber ich kann damit rechnen, dass vielleicht der eine oder andere hiervon tatsächlich was hat. Und das ist ein spannendes Videothema. Also, ist doch super. Also ich bin nicht motiviert. Das ist schon mal nicht das Problem. Schlaf ist aktuell dann eher so das Problem. Gerade wurde tatsächlich ein bisschen zurückgefahren. Aber sowas überlebt man. Solange man nicht zu sehr an seinem Schlaf rumdoktert und immer drauf verzichtet, dann überlebt man auch mal ein bisschen weniger Schlaf, wenn man sich wann anders wieder ausschläft. Deswegen sehe ich da jetzt auch nicht so ein Problem drin. Das funktioniert also. Was machst du genau als Selbstständiger, ist die andere Frage. Also man muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Stufen quasi von Selbstständigkeit. Grundsätzlich ist all das, was ich hier tue, man unterscheidet ja immer Gewerbe oder freiberuflich, ist es kein Gewerbe. Also ist es nicht so, als würde ich irgendwas verkaufen oder sowas, sondern ich biete Dienstleistungen an. Das Finanzamt nennt mich Internetdienstleister. Mein Steuerberater nennt mich Social Influencer. Das ist auch so ein bisschen der Überbegriff, der sich in den letzten Jahren über uns YouTuber und Twitcher und Facebook-Seitenklauer und was weiß ich was gebildet hat. Influencer, weil wir Meinungen beeinflussen. Das ist auch letztlich das, was Produktplatzierungen und Reviews und so weiter quasi in eine Schublade gesteckt werden. Und ich bin übrigens damit total unglücklich, weil Influencer sind auch Leute, die auf Facebook-Videos klauen und sie als ihre eigenen ausgeben, weil auch die beeinflussen damit Meinungen. Das heißt, Influencer ist irgendwie so wie auf eine Stufe gestellt mit Vollidioten. Ja, ich brauche gar keinen anderen Vergleich. Das stimmt tatsächlich genauso, wie ich es gesagt habe. Und damit bin ich überhaupt nicht glücklich. Ich bin lieber Creator. Und die Fliege lebt übrigens immer noch, wer den Stream gestern gesehen hat. Die fuckt mich immer noch ab. Okay. Das ist aber nur eine Sache von dem, was ich als Selbstständiger mache. Du bist irgendwie eine Zeit lang, bist du Kleinunternehmer, bist du in einer gewissen Einnahmegröße. Sagt man das so? Ich glaube, das sagt man so. Und irgendwann bist du dann Unternehmer, bist du auch umsatzsteuerpflichtig. So viel Zeug und alles. Was ich natürlich mache, ist YouTube, Twitch. Das sind quasi die Sachen, die sich unter anderem durch Werbung finanzieren, die sich unter anderem durch euch finanzieren, die ihr Zuschauer seid. Die andere Geschichte sind dann sowas wie Produktplatzierung. Das finanziert sich dann natürlich auf einmal nicht nur direkt durch den Zuschauer, sondern nur indirekt, weil du quasi einem Unternehmen deine Plattform als Werbeplattform anbietest. Und zwar nicht nur, um der Werbung zu schalten, sondern du beschäftigst dich auch noch in irgendeiner Form mit dem Produkt. Das kann sowas Einfaches sein, wie dass du irgendwie, und so wird es zum Beispiel im Fernsehen gemacht, da wird dann als Produkt ein Apple-Laptop verwendet. Produktplatzierung bei Apple. Super einfaches Beispiel für sowas. Das kann aber auch super komplex sein, dass man sich über einen Monat mit einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Shadern beschäftigt und darüber dann eine komplette Videoserie macht, wie das dieses Jahr bei mir der Fall war. Das sind alles gute und richtige Möglichkeiten, für Produktplatzierung. Es gibt natürlich auch billigere Wege, sag ich mal, wo man irgendwie nur ein gecastetes Video hochlädt, das gar nichts mit seinem eigenen Kanal zu tun hat und so weiter. Könnte ich natürlich wieder ewig anfangen zu kotzen, aber das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist aber trotzdem noch nicht alles, was ich mache. Ist euch übrigens aufgefallen, dass wir in den letzten 20 Minuten keinen einzigen Diamanten gefunden haben? Okay, nur so viel dazu. Ich mache auch noch viel darüber hinaus. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr mehrere Drehs geleitet außerhalb von YouTube oder ich habe mehrere Unternehmen beratet, beratende in Sachen Videoproduktion, in Sachen Social Media. Auch sowas tue ich im Rahmen meinem selbstständigen Krams. Und das geht immer so weiter und so weiter. Also glaubt nicht, dass quasi die YouTube-Videos, dass das, was du jetzt gerade hier von mir siehst, dass das quasi, dass ich damit mein Potenzial schon ausgeschafft habe. Also das geht weit über das hinaus. Und das ist auch wichtig, dass es das tut, weil was wäre denn die Alternative? Nur ein Standbein zu haben und dann kommt jemand mit so einer Rundfunkslizenz oder sowas und du hast auf einmal keine Einnahmen mehr? Oder es ist auf einmal Januar und keiner möchte mehr was Werbung auf YouTube schalten und du hast keine Einnahmen mehr? Oder wo läuft das hin? Was ist die Alternative, dazu vorbereitet zu sein, zu verlieren? Okay, alles klar. Dann bin ich lieber vorbereitet. Was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich mal kurz den Redstone zusammen crafte oder allgemein ein paar Sachen zusammen crafte, weil ich echt ein bisschen Platzprobleme schon wieder habe. Wie immer übrigens. Okay, so viel dazu. Ich denke, damit habe ich so ein bisschen was zum Thema auch als Selbstständiger gemacht. Da wird auch später noch ein bisschen was dazu kommen. Mich würde mal interessieren, wie das eigentlich funktioniert mit der Steuererklärung, fragt er Mr. Wilser. Lernt man in der Schule ja nicht so gut. Ja, ist herrlich, ne? Also als Selbstständiger ist eine Sache, die du auch ganz oft lernst, dass irgendwie jeder dein Geld will und du entweder die Möglichkeit hast, genug zu verdienen und zu überleben oder von irgendjemand gefressen wirst. Sei es jetzt irgendwie dem Finanzamt oder sei es der Krankenkasse. Ich musste mich dann auch irgendwann selbst versichern und konnte nicht mehr in der Familienversicherung, wie das zum Beispiel so als Student gar nicht mal so unüblich ist sein, weil ich über dem Niveau eines Minijobs verdient habe und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die auf dich zukommen und die erzählt dir eigentlich keiner. Bis du es falsch gemacht hast, dann kommt die Strafzahlung. Oder so wie in meinem Fall habe ich zum Beispiel, das war auch so, das ist eigentlich eine mega urige Geschichte, weil ich halt selbstständig die Krankenkasse irgendwann angeschrieben habe und gesagt, hey, ich verdiene mehr, als ich verdienen dürfte als familienversichertes Student. Ich würde mich gerne selbst versichern. Und die Krankenkasse so, hä? Das haben wir ja fast nie, dass sowas vorkommt, dass sich jemand freiwillig meldet. Ja gut, dann müssen sie jetzt vier Monate nachzahlen. Wollen sie das in Raten zahlen? Und ich so, what the fuck? In Raten? Könnt ihr das nicht einfach mal im Konto abbuchen? Ja, können sie das? Ich habe doch gerade gesagt, ich verdiene Geld. Ach so, ja gut. Also total, verstehe ich das nicht falsch, das ist nicht abgehoben oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so ungewöhnlich, was ich mache oder was manche machen, glaube ich. Ist der richtige Begriff. Du kommst ganz schnell an Grenzen, wo quasi Leute das nicht gewohnt sind, dass du so oder so arbeitest. Und das ist mega spannend, weil du darüber halt nicht nur verstehst, wie das System funktioniert, sondern auch viel über dich selbst hinausfindest. Aber das System zu verstehen, das ist halt wirklich so Steuererklärung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das große Glück, dass ich einen guten Steuerberater habe und der schon dafür sorgt, dass ich keine Scheiße mache. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß, wie ich meine Unterlagen aufzubereiten habe, dass die möglichst wenig Arbeit damit haben und mehr kann ich dir oder viel mehr dazu kann ich dir nicht erzählen. Irgendwann meldet sich dann das Finanzamt und will Geld von mir. Punkt. Ja, ernsthaft. Und das ist halt so, oder sowas wie Krankenkasse. Glücklicherweise leben wir in einem Zeitalter, wo man das einfach googeln kann. Und dann so habe ich gegoogelt, Geld verdienen Student. Und dann gibt es Gott sei Dank solche Hilfeseiten, die dir erzählen, was du zu tun hast, damit du nicht ganz so auf verlassenen Posten unterwegs bist. Und dann wirst du schon finden, was du brauchst. Vielleicht. Okay. Java Bro fragt, Hey, ist das Geld? Könntest du mal erzählen, wie man so Vorkenntnisse braucht? Das ist auch so. Also gerade Informatikstudium ist die Nummer 1 Frage, glaube ich. Die Nummer 1 Frage ist immer Mathe und die Nummer 2 Frage ist dann Vorkenntnisse. Und Vorkenntnisse ist natürlich in jeder Uni und an jeder Hochschule und in jedem Fach und was weiß ich immer anders. Üblicherweise findest du aber Online-Ressourcen dazu. Also erstmal da Entwarnung an der Stelle. Und Punkt 2 ist, dass ich es dir zum Beispiel jetzt auch nur vom KIT und dem Studiengang allgemeine Informatik am KIT sagen kann. Und da brauchst du keinerlei Vorkenntnisse. Ich denke, das ist auch deckungsgleich mit vielen, vielen anderen Hochschulen. Weil, und das ist ja vielleicht auch spannend, wenn ihr Informatik woanders studiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man bei euch irgendwelche Vorkenntnisse gebraucht hat, welches Studienfach und wo. Ich glaube, ich glaube, das würde vielen Leuten gerade tatsächlich weiterhelfen. Vorkenntnisse in dem Sinne nicht, dass du dich halt einfach nur für das Themengebiet interessieren solltest. Logik, Mathematik, Programmierung, Verknüpfung, Verbesserung, Architektur, alles solche Dinge, die in diese Richtung gehen, wo du dich halt einfach selbst befinden solltest von deinem Intellekt, von dem, was dich interessiert. Programmieren lernst du auch bei uns im Studium. Also das weiß ich zufälligerweise, weil ich halt über drei Jahre Erstsemestern, also Studienanfängern, Programmieren beigebracht habe als Nebenjob. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr, weil YouTube mir keine Zeit gelassen hat. Also das ist wirklich so, ich habe auch neben, neben quasi meinem Studium und YouTube hatte ich schon immer auch Nebenjobs. Mein Highlight war mal drei Nebenjobs gleichzeitig. Ist auch besonders geil wegen der Steuerklasse, also du kriegst dann eigentlich gar kein Geld mehr von dem, was du schubierst irgendwann, von dem, was du da verdienst, wenn du drei Nebenjobs hast, weil du überall in Steuerklasse 6 reingesteckt wirst. Und das hatte ich aber letztlich deswegen, weil mich halt alle Nebenjobs auch interessiert hatten und ich dann irgendwie keine Lust hatte, jetzt irgendwas deswegen aufzugeben. Und ja, am Schluss habe ich dann drei Nebenjobs und YouTube gehabt. Von dem Geld gar nicht mehr so viel gesehen, weil alles einbehalten wurde, aber mega viel gelernt. Denn das ist tatsächlich so eine Sache und da ist es auch großer Luxus. Ich habe noch nie einen Nebenjob angenommen, um Geld zu verdienen im Studium, sondern immer nur, weil ich es wirklich spannend fand oder weil das Themengebiet mich irgendwie weitergebracht hat oder weil ich dadurch irgendwelche spannenden Kontakte bekommen habe oder sowas. Also ich habe faktisch noch nie aus Geldproblemen einen Nebenjob im Studium gehabt und das ist ein großer Luxus. Das ist, glaube ich, im Allgemeinen so eine Sache, da kann ich nicht wirklich drüber reden, weil ich weder reich bin noch irgendwie lang in meinem Leben gearbeitet habe. Aber meine Einschätzung von Geld ist, dass Geld etwas ist, wovon du genug haben solltest, dass du dir keine Gedanken darum machen musst, aber nicht so viel, dass du dir keine Gedanken mehr rummachen musst. Weil wo ist denn da noch die Herausforderung? Das werden wir auch später noch als Frage haben, so wie es wäre, wenn ich in die Zukunft gucken könnte oder sowas. Das wäre, glaube ich, mega langweilig. Also ich glaube, du würdest mega depressiv werden, weil entweder würdest du herausfinden, wie katastrophal deine Zukunft ist oder du würdest herausfinden, wie unglaublich erfolgreich du sein wirst und das ist halt auch irgendwo extrem langweilig, weil wo ist denn da noch die Anforderung? Was willst du noch im Leben erreichen, wenn du schon weißt, was du erreichen willst? Das Ziel des Lebens ist der Tod, heißt es ja so schön und das stimmt halt auch irgendwo, weil ich meine, wo wäre sonst noch die Herausforderung? Wo ist der Grund, warum du das machst? Und so ist es irgendwie, das ist meine Einschätzung von Geld. Aber das ist, wie gesagt, wie von allem, was ich heute hier sage, ist das nur die Einschätzung eines naiven kleinen Studenten, der seit drei Jahren selbstständig arbeitet und besonders viel Zeit auch in Selbstfindung und so ein Kram investiert. Das heißt, nehmt das hier nicht für bare Münze. Es kann auch sein, dass ich seit 26 Minuten und 17 Sekunden einfach nur scheiße erzähle. Vielleicht hilft es euch weiter. Auf welchem Schulzweig? Genau, das war auch so eine Frage. Das habe ich auch schon halbwegs beantwortet. Ich hatte als Vertiefungsfächer Mathe, Deutsch und Englisch, was ich mir alle drei nicht aussuchen konnte. Doch, ich hätte Französisch nehmen können. Ha, ich bin noch nicht lebensmüde. Da war ich sehr schlecht drin. Ich war gut in Französisch, bis ich Englisch hatte. Dann fand ich Englisch so viel besser, dass ich dann sehr schlecht in Französisch wurde. Ist auch die Wahrheit leider. Aber gerade mal noch mit der 3, 4 abgewählt, nicht wahr? Ja, das war so die Geschichte. Was ich mir selbst ausgesucht habe, war Physik, was ich eigentlich auch im Abi machen wollte. Und dann ist halt Musik reingekrätscht. Ich hatte am Schluss mein Musik-Abi. Ich habe tatsächlich auch eine Eins im Abi in Musik. Also war es wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich glaube, Physik-Einsen gab es nicht so viel bei uns im Abi. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Also war es wahrscheinlich tatsächlich eine gute Entscheidung. Wir haben immer noch keine Dias gefunden an der Stelle. Aber das ist eine andere Geschichte. Und mein mündliches Abi war in Ethik. Darüber, über diesen Gamescom-Bericht von RTL, wer sich da noch zurückerinnert an diese groteske Geschichte mit dem Titel Wo Pressefreiheit endet. Oder wann endet Pressefreiheit? Oder irgendwie sowas. War ein sehr spannendes Themengebiet zum Aufarbeiten. Hat viel Spaß gemacht und wurde auch dementsprechend entlohnt. Und ja, Informatik war ich schulbester. Mit Maximalfunktzahl. Da bilde ich mir immer noch ein bisschen was drauf ein. Weil das muss man auch erstmal hinbekommen, glaube ich. Ach ja, das ist die Schulzeit gewesen. Aber ja, das sind die Sachen, die ich so gewählt habe. Und das war das Thema meiner Abschlusspräsentation. Ich stehe gerade kurz vor dem Abi. Studieren weiß allerdings nicht was. Das ist auch für dich nochmal dasselbe so. Es ist definitiv, also wenn du das Kleingeld dafür hast, ist es definitiv kein Fehler, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren oder eine Sache auszuprobieren, wo du glaubst, dass es am meisten ist. Mein persönlicher Tipp, aber auch das wieder nur der Tipp eines naiven, kleinen, selbstständigen Studenten, mach irgendwas, was dir Spaß macht und nicht das, wo du glaubst, dass du die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt hast. Also das ist jetzt aber auch nur meine sehr, sehr naive. Deswegen big disclaimer an der Stelle hier. Ich glaube, dass du mit etwas, wo du keinen Spaß hast, aber Erfolg, nicht so glücklich werden kannst, wie mit was anderem. Aber das ist wie gesagt mit Vorsicht zu genießen. Ich habe das große Glück, dass ich mich für Informatik interessiere. Ein Themengebiet, was halt seit 10 Jahren und noch die nächsten 30 Jahre halt garantiert ist, dass es relevant ist, weil Informatik so langsam und sicher aber die Welt verändert und das auch schon längere Zeit getan hat. Also was weiß ich, der Ausbilder oder Auszubildende für, was weiß ich, nehmen wir sowas wie Taxifahrer oder boah, was könnte man noch nehmen? So Einzelhandelverkäufer? Sorry, eure beiden Berufe werden in der Zukunft ersetzt werden von Maschinen. Das ist so vielleicht auch der, der Informatiker, weiß man nicht. Kann auch passieren. Also das sind so Sachen, da unterhalten wir uns in ein paar Jahrzehnten nochmal darüber. Ich hoffe, dass die Informatik lang genug noch ein Themengebiet bleibt, das nicht so einfach wegrationalisiert werden kann. Aber das kann ich natürlich auch nicht mit Sicherheit behaupten. Das war Stefan Tamke und die nächste Frage und das ist auch die letzte für dieses Video, weil ich jetzt nach einer halben Stunde bemerkt habe, dass das ganze Themengebiet und das alles einfach viel zu viel zu groß ist, um das in einem einzigen Video abzuhandeln, ist von Matthias Schuberg. Er sagt, kannst du von YouTube und Twitch alleine leben und du kriegst ja Geld eigentlich dafür, dass Leute deine Modpacks wie Sky runterladen? Die Antwort ist hier ein. Ich könnte aktuell, glaube ich, durch YouTube und Twitch alleine leben, zumindest die Zahlen von letztem Jahr haben das gesagt. Ich bin nicht auf die Idee selbst gekommen, zu sagen, dass ich davon leben könnte, sondern ich habe auf meine Zahlen geguckt und bemerkt, dass es letztes Jahr gereicht hätte. So, das war mein Gedankengang, der mich dazu geführt hatte. Ich möchte nicht davon nur leben, weil es halt unglaublich unsicher ist, wie ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe und jein, ich verdiene nichts dadurch, dass Leute die Sachen runterladen. Könnte ich über Adfly Links und was weiß ich was. Es gibt sowas wie ein Curse Partner Programm. Ich denke, über die 500 Downloads von Craftech habe ich auch schon sicher jetzt einen Cent verdient oder sowas oder hätte ich. Ich check nicht ganz, wie das System funktioniert. Also nein, da ist kein gutes Geschäftsmodell dahinter bei mir. Und Geschäftsmodelle sind, wie wir alle wissen, das A und O. Weil, wie möchtest du eine geile Idee umsetzen, wenn du die Umsetzung nicht finanzieren kannst? Ne? Aber das ist ein ganz einer. Also Geschäftsmodelle könnte ich irgendwie ein ganz eigenes Video hier produzieren, glaube ich, weil das ist halt wirklich ein wesentlich unterschätztes Themengebiet. Na gut, ich würde aber mal sagen, das war es an der Stille für jetzt. Wir stehen irgendwo und nirgendwo mit einem vollen Inventar und ich kann tatsächlich durch die Decke durchgucken, wenn ich schnell genug bin. Jetzt nicht mehr, schade. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil ich ungefähr nur die Hälfte der Fragen beantwortet habe. Die nächste Folge wird also quasi genau dasselbe sein wie diese hier. Für jetzt sage ich aber erstmal, ich hoffe, das war irgendwie hilfreich oder interessant. mir Naivling, der um halb eins zu Hause am PC sitzt und über den Erfolg der letzten paar Jahre berichtet oder sowas zuzuhören. Langsam kriege ich rote Augen und man sieht, die gehen so zu und so wegen den Scheinwerfern hier. Aber wir ziehen das in der nächsten Folge nochmal durch und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut, bis bald und ciao. Ciao.